GEG 2024, was Handwerker über die Beratungspflicht wissen müssen. Das Heizungsgesetz hat im vergangenen Jahr für viel Diskussionsstoff gesorgt. Seit dem 1. Januar 2024 ist es in Kraft und heute wollen wir mal einen genaueren Blick auf einen Detail werfen, das vor allem für Handwerker und Experten aus dem Gebäudeenergiebereich wichtig ist. Die Beratungspflicht beim Heizungstausch. Aber von vorn. Das Gebäudeenergiegesetz, kurz GEG, regelt die energetischen Anforderungen an Neubauten und Bestandsgebäude in Deutschland. Sein Ziel ist es, den Energieverbrauch von Gebäuden zu reduzieren und den Einsatz erneuerbarer Energien zu fördern. In seiner ersten Fassung ist das Gesetz bereits am 1. November 2020 in Kraft getreten. Mit der aktuellen Novelle, dem sogenannten Heizungsgesetz, will die Bundesregierung den Umstieg auf klimafreundliche Heizungen einleiten. Seit dem 1. Januar 2024 gibt es deshalb neue Regeln für das Heizen in Neubauten und Bestandsgebäuden. Die Umstellung auf klimafreundliche Heizungen ist in der GEG-Novelle an die kommunale Wärmeplanung gekoppelt. Das heißt konkret, Städte und Gemeinden müssen Pläne vorlegen, wie sie die Heizungsinfrastruktur klimaneutral umgestalten wollen. Erst dann wissen Eigentümer, welche Optionen sie haben und können eine fundierte Entscheidung treffen. Wie eine solche Wärmeplanung aussehen kann, das haben wir uns übrigens vor kurzem in Breitenholz und Aldingen angeschaut. Die beiden Kommunen in Baden-Württemberg, die packen die Wärmewende nämlich bereits heute an. Das Video dazu verlinken wir euch mal unten in der Videobeschreibung. Spätestens 2028 müssen alle Städte in Deutschland ihre Wärmeplanung vorlegen. Was passiert aber, wenn in Bestandsgebäuden bis dahin eine alte Heizung kaputt geht? Bis zum Ablauf der Fristen für die kommunale Wärmeplanung dürfen auch weiterhin Öl- und Gasheizungen in Bestandsgebäuden eingebaut werden. Doch nicht alles, was erlaubt ist, ist für die Zukunft auch eine gute und günstige Heizungslösung. Deshalb gilt mit dem GEG 2024 eine Pflichtberatung beim Einbau einer Gas- oder Ölheizung. Eigentümer, die jetzt noch eine fossile Heizung anschaffen wollen, die müssen sich vorher beraten lassen. Bei dieser Beratung geht es vor allem um drei Aspekte. Erstens, die möglichen Auswirkungen der örtlichen Wärmeplanung. Es ist wichtig, dass Hausbesitzer darüber informiert werden, welche erneuerbaren Energien genutzt werden können. Gibt es in ihrer Straße vielleicht schon ein Wärmenetz oder ist eins geplant? Welche Perspektive gibt es für das Gasnetz? Ist Wasserstoff eine Option? Solche Fragen können im Beratungsgespräch geklärt werden. Zweitens, den steigenden CO2-Preis und damit eine mögliche Unwirtschaftlichkeit einer fossilen Heizung. Denn auch wenn die Anschaffungskosten zu Beginn vielleicht geringer sind, können Öl- und Gasheizungen mittelfristig teurer sein als nachhaltige Alternativen. Drittens, die grüne Brennstoffquote. Ab 2029 müssen jetzt installierte Gas- und Ölheizungen stufenweise einen bestimmten Anteil erneuerbarer Energien, zum Beispiel Biomethan, nutzen. Baut man heute eine solche Heizung ein, dann muss man schon in wenigen Jahren vielleicht wieder nachrüsten. Die Beratung muss von einer fachkundigen Person durchgeführt werden. Das sind insbesondere Schornsteinfeger, SHK-Handwerker, Kälteanlagenbauer, Ofen- und Luftheizungsbauer, Elektrotechniker oder auch Energieberater. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat ein Dokument zum Thema Heizungstausch veröffentlicht. Darin findet ihr Daten und Informationen, die als Grundlage zur Beratung dienen sollen. So werden zum Beispiel verschiedene Szenarien für die Preisentwicklung von Heizöl und Erdgas aufgezeigt. Außerdem gibt es darin weiterführende Links zu Fördermöglichkeiten und Beratungsstellen und auch ein Formular, mit dem die Erfüllung der Informationspflicht nachgewiesen werden kann. Dieses Dokument sollte vor dem Heizungstausch also auf jeden Fall unterschrieben worden sein. Wie seht ihr das Ganze? Würdet ihr euren Kunden jetzt noch empfehlen, eine Öl- oder Gasheizung einzubauen? Wie sichert ihr euch bezüglich der Beratungspflicht ab? Schreibt es uns mal in die Kommentare und abonniert den Kanal, um keine weiteren Hausdeck-Videos zu verpassen. Das war's von uns, bis zum nächsten Mal. Ciao!